Sexy Spirit Lifestyle Podcast. Der Podcast für alle Sexy Spirits, die am eigenen Herzen folgen, ihr Leben genießen und ihren Körper wertschätzen. Ich bin Natascha Zimmermann und ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Heute geht es um die kleinen Zeichen des Lebens oder um Schicksal, wenn du so möchtest. Und zwar glaube ich ganz fest daran, dass es zwar ein Schicksal gibt, dass es etwas gibt, wofür wir bestimmt sind, wo wir hin sollen, dass es unser Lebensziel, unsere Lebensaufgabe gibt. Das glaube ich sehr wohl. Ich glaube aber trotzdem, dass wir unser Schicksal mitunter selbst beeinflussen können. Und zwar mit jeder kleinen Entscheidung, die wir treffen. Jede Entscheidung, die wir treffen, führt irgendwo hin, führt in ein anderes Leben. Jedes Mal, wenn wir eine Entscheidung treffen, entscheiden wir uns einerseits für etwas und andererseits aber auch gegen etwas. Und genau das führt dann irgendwann einmal dazu, dass unser Leben die Gestalt annimmt, die es eben hat. Ich glaube also, dass sehr wohl das große Ganze für uns vorbestimmt ist. Dass aber der Weg, wie wir dorthin kommen, dass wir den, ob er leicht ist, ob er schwer ist, dass wir das für uns selbst bestimmen können. Dass wir selbst für uns entscheiden können, wie wollen wir leben, wie wollen wir an dieses Ziel kommen. Ich glaube auch ganz fest daran, dass uns, wenn wir nur aufmerksam genug hinschauen, uns das Leben immer wieder kleine Zeichen schickt. Es schickt uns Zeichen, die wir annehmen und deuten können. Die wir als kleine Geschenke des Lebens betrachten können. Ich glaube sehr, sehr fest daran, dass wenn wir vor einer großen Entscheidung stehen, dass wir nur die kleinen, manchmal unscheinbaren Zeichen wahrnehmen dürfen, um uns besser entscheiden zu können. Das Leben meint es gut mit uns. Und ja, es möchte uns zeigen, wo die richtige Richtung, wo die richtige Richtung ist, wo es lang geht für uns. Wohin unser Weg am besten führen soll, damit es einfach für uns ist. Schwer wird es nur dann, wenn wir diese Zeichen nicht erkennen. Ich weiß da noch ein ganz gutes Beispiel. Da stand ich selbst vor einer riesengroßen Entscheidung und wusste nicht, ich wusste wirklich nicht, was ich tun soll. Ich habe so oft das Universum gebeten, mein Leben gebeten, mir ein Zeichen zu schicken. Und ich habe in dieser Zeit ganz bestimmt ganz, ganz viele Zeichen bekommen. Ich habe sie nur einfach nicht erkannt. Bis ich eines Tages dann wirklich so weit war und gesagt habe, bitte, bitte liebes Universum, schick mir ein Zeichen, gib mir einen Wink mit dem Zaunpfahl, dass ich es auf jeden Fall verstehen muss. Und dieses Zeichen kam. Und ich konnte meine Entscheidung treffen. Ich wusste dann ganz genau, wo es hingehen soll und wie meine Entscheidung auszufallen hat. Es gibt natürlich auch diese kleinen Zeichen, die wir einfach nur wahrnehmen müssen. Ich wollte sie damals wahrscheinlich einfach nicht wahrnehmen, weil die Entscheidung eine war, die mir nicht leicht gefallen ist. Und ich wollte diese Entscheidung ein Stück weit nicht treffen. Deshalb habe ich um ein riesengroßes Zeichen gebeten, damit ich mich entscheiden muss. Damit ich diese Entscheidung treffen muss und sie nicht noch länger vor mich herschieben kann. Und genau so kannst auch du das machen, wenn du in deinem Leben aufmerksam bist, die Augen aufmachst und schaust, was will dir das Leben jetzt gerade sagen. Was für ein Zeichen wartet heute auf mich? Was gibt es da draußen, was ich mir Beachtung schenken soll? Auf was sollte ich besser achten? Wo soll ich hinschauen? Gibt es da irgendetwas, das mir die Richtung schon weist? Eine Kleinigkeit. Das mag vielleicht sein, wenn du zum Beispiel gerade mit dem Auto fährst und es spielt ein bestimmtes Musikstück, ein bestimmtes Lied im Radio. Dann hör doch mal auf den Text. Vielleicht gibt dir genau dieser Text die Antwort, die du brauchst, um für dich deine Entscheidung treffen zu können. Oder du fängst Gesprächsfetzen auf von anderen Menschen, die bei dir vorbeigehen. Diese Gesprächsfetzen, die du auffangst, die fängst du nicht zufällig auf. Alles, was du hörst, alles, was du siehst, alles, was du wahrnimmst, ist für deine Ohren, für deine Augen bestimmt. Alles, was du wahrnimmst, ist genau für dich bestimmt, um dich auf den richtigen Weg zu bringen. Du nimmst keine Gesprächsfetzen auf, einfach nur aus Zufall. Weil ich glaube, ich glaube nicht an Zufall. Zufälle gibt es nicht. Alles, was uns begegnet, ist ein Zeichen des Lebens. Alles, was uns trifft, spiegelt auch uns selbst wieder. Du findest dich selbst in deinem Äußeren wieder. Genau so, wie dein Leben jetzt verläuft, genau diese Realität hast du geschaffen. Und ja, nimm die Zeichen wahr. Weil es ist kein Zufall, welches Lied gerade im Radio gespült wird. Vielleicht will es dir irgendetwas sagen. Vielleicht will es dich aufmuntern, an etwas erinnern. Oder ja, dir bei einer Entscheidung helfen. Hör auf Menschen, was sie dir sagen. Hör hin. Vielleicht findest du darin eine Botschaft für dich selbst. Wenn du die Zeitung aufschlägst, vielleicht findest du darin eine Botschaft für dich selbst. Genauso funktioniert das doch, wenn du dir ein Buch nimmst, zum Beispiel das I Ching und einfach irgendeine Seite aufschlägst, wenn du davor eine Frage gestellt hast. Du wirst automatisch die richtige Seite aufmachen, die dir die Antwort gibt. Du musst sie nur zu deuten, zu verstehen und anzunehmen wissen. Es kann ganz, ganz leicht sein. Ja, ich glaube fest daran, dass wir ein Schicksal haben, dass wir für etwas Großes bestimmt sind. Aber wie wir dorthin gelangen, das liegt in unseren Händen. Und das können wir durch die Zeichen, die uns das Leben schickt, selbst bestimmen. Wir können selbst bestimmen. Nehmen wir dieses Zeichen jetzt an oder ignorieren wir es? Nur wenn wir es ignorieren, werden es irgendwann keine kleinen Zeichen mehr sein. Irgendwann werden wir immer mehr darauf hingedeutet. Irgendwann wird uns immer mehr gezeigt, wo der Weg hingehen soll. Denn ja, ich glaube auch, dass kleine Wehwehchen, die wir an unserem Körper wahrnehmen, Zeichen sind. Zeichen, um uns bewusster wahrzunehmen. Zeichen, um irgendetwas anders zu machen. Weil wenn unser Körper uns irgendwo wehtut, zeigt er uns, dass wir irgendetwas falsch gemacht haben. Und wir müssen einfach nur hergehen und das richtig deuten. Einfach ist jetzt leicht gesagt. Weil so einfach ist es eben nicht immer. Man hat selbst auf sich selbst oft nicht den Blick, den vielleicht jemand Außenstehender hat. Aber hier bist du auch eingeladen, dir Hilfe zu suchen. Geh zu jemandem, der die Zeichen zu deuten weiß und der einen Blick auf dich hat. Der dir sagen kann, was dieses Zeichen jetzt bedeutet. Du bist ja nicht alleine. Du kannst dir ruhig Hilfe nehmen und sagen, hey, da ist mir das und das passiert. Was könnte das bedeuten? Worauf deutet das hin? Was bedeutet das? Was will mir mein Leben sagen? Was will mir mein Körper sagen? Genauso, wenn du jetzt einen Unfall hast, dann will dir dein Leben auch irgendetwas sagen damit. Wenn du zum Beispiel zu schnell fahrst und okay, du hast jetzt noch keinen Unfall angenommen, du kriegst einen Strafzettel für zu schnell fahren. Dann will dir dein Leben damit sagen, hey, entschleunige ein bisschen. Mach nicht immer so schnell. Nimm dir ein bisschen Ruhe für dich. Wenn du einen Unfall hast, während du zu schnell fahrst, passiert das wahrscheinlich, weil du auf die Zeichen, die dir davor das Leben gegeben hat, nicht genau gehört hast. Du hast vielleicht die kleinen Zeichen, die kleineren vor dem Unfall, die dir gezeigt haben, hey, mach mal eine Pause, nicht richtig wahrgenommen. Und deshalb kommt dann irgendwann der Wink mit dem Zaunfall. So wie bei mir damals. Es war nicht schön, dieser Wink mit dem Zaunfall. Es hat wehgetan. Aber ja, er hat mir endlich deutlich gemacht und deutlich gezeigt, wo es hingehen soll. Er hat mir die richtige Richtung gewiesen. Deshalb dürfen wir für jedes Zeichen, das wir erhalten, auch dankbar sein. Und ja, auch deshalb sollten wir lernen, die kleinen Zeichen bereits wahrzunehmen, damit es nicht so große, Zaunfallartige Zeichen werden müssen. Die kleinen Zeichen wahrzunehmen, das geht auch ganz einfach an und für sich. Sicher, hin und wieder bist du für dich selbst zu sehr in deinem Gedankenkarussell gefangen. Aber wenn du deinen Geist befreist, wenn du deine Gedanken ein bisschen abstellst, deine Intuition entfaltest und aufmerksam wirst, achtsam wirst, wirst du immer empfänglicher für diese Zeichen werden. Natürlich fällt es auch mir manchmal noch schwer, Zeichen zu deuten. Auch ich weiß manchmal nicht, was wollte mir mein Leben jetzt gerade sagen. Aber ich bin zumindest auf der Suche. Ich bin dabei, meine Intuition zu stärken und auch die kleinsten Zeichen immer mehr wahrzunehmen. Denn alles, was um uns herum passiert, können kleine Zeichen sein. Und ja, es ist schön, es ist wie eine Entdeckungsreise, eine Schatzsuche, wenn du im Leben darauf achtest. Könnte das jetzt ein Zeichen gewesen sein? Beziehungsweise weißt du es schon, wenn du achtsam bist und wenn du deine Intuition schärfst, an und für sich hast du die Antwort immer in dir. Nur wenn du eben genau diesen inneren Ruf nicht folgst, weist dir das Leben den Weg. Es schickt dir Zeichen, um dich zurück auf deinen ureigenen Weg zu schicken. Wenn du nämlich deiner inneren Stimme nicht vertraust, bist, wie sollst du denn sonst wieder zurückkommen? Denn nur du, nur deine innere Stimme weiß wirklich, wo es für dich hingehen soll. Du wirst geleitet. Ja, du darfst lernen. Du bist hier auf der Welt, auf der Erde, um zu lernen. Aber je mehr du deiner inneren Stimme, deiner Intuition vertraust, desto einfacher wird es für dich und desto mehr Leichtigkeit bringst du in dein Leben. Und deshalb ist es so schön, diese kleinen Zeichen bereits wahrzunehmen und es richtig zu spüren, weil du dich damit noch mehr mit dem Leben verbindest. Du fühlst dich noch lebendiger, wenn du diese kleinen Zeichen wahrnimmst. Es ist ein wirklich schönes Gefühl, dich mit dem Universum, mit dem Leben zu verbinden und im Einklang zu sein, deiner inneren Stimme zu folgen, deinem eigenen Ruf zu folgen, deiner eigenen Bestimmung zu folgen. Und ja, wenn du dieser Intuition nachgehst, dann wirst du diese kleinen Zeichen zu deuten wissen, ob du das dann auch für dich anwenden möchtest, ob dir das Zeichen gefällt, ob dir der Weg gefällt vom Verstand her, der dir da geschickt wird. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Natürlich hast du die Wahl. Natürlich kannst du sagen, okay, das war jetzt ein Zeichen, aber nö, das will ich jetzt nicht annehmen. Diesmal nicht, jetzt nicht, jetzt nicht mit mir. Aber du musst dir zumindest bewusst sein oder darfst dir bewusst sein, dass dann ein nächstes Zeichen folgen wird. Ein deutlicheres Zeichen. Und irgendwann wird das Zeichen so deutlich sein, dass du nicht mehr darüber hinwegsehen kannst. Irgendwann bekommst du so ein deutliches Zeichen, dass du es annehmen musst. Und da ist halt die Frage, was ist dir lieber? Möchtest du selbst entscheiden? Möchtest du ein kleines Zeichen und deinem inneren Wesen folgen? Oder sträubst du dich noch dagegen? Weil wenn du dich dagegen sträubst, ist das meistens nur der Verstand, der dich dagegen sträuben lässt. Denn innerlich weißt du die Antwort. Du weißt die Antwort immer. Du willst sie nur manchmal einfach nicht wahrhaben. Und eben wenn du sie nicht wahrhaben möchtest, werden dir genau diese Zeichen geschickt. Weil das Leben es gut mit dir meint. Es will dich auf den richtigen Weg schicken. Und ja, deshalb ist es auch gut, wenn du deine Intuition stärkst. Wenn du dir selbst treu bleibst und wenn du für dich einstehst. Denn nur dann, wenn du tief in dir ruhst, wenn du in deiner eigenen Mitte bist, kannst du das auch annehmen. Dann kannst du deinem Verstand sagen, hey, ich weiß, du willst das gerade nicht, aber das ist unser Weg. Da geht es hin. Dort bin ich richtig. Und ich will richtig sein. Ich will auf dem richtigen Weg sein und ich will mit Leichtigkeit meine Bestimmung leben. Ich will, dass es mir gut geht und deshalb bin ich lieb zu mir, indem ich das mache, was mir Spaß macht, was mir gut tut, womit ich mich wohlfühle, womit mein Innerstes zufrieden ist, womit mein Wesen zufrieden ist. Ich als Mensch habe natürlich Bedürfnisse, aber ich muss auch mein Wesen leben. Ich darf mein Wesen ausleben. Ich darf ich sein, auch wenn das manchmal vielleicht egoistisch sein möchte. Du darfst immer du sein, weil du bist perfekt, genau so wie du bist. Du wirst nur, du lernst, du lernst in diesem Leben. Du bist aber immer perfekt, so wie du bist. Und wenn du deiner inneren Stimme folgst, geht es dir auch gut. Es geht dir nämlich dann schlecht, wenn du etwas machst, was nicht deinem inneren Wesen entspricht. Wenn du etwas tust, was dir widerstrebt oder was dir nicht entspricht und du auf den falschen Weg kommst, dann geht es dir in weiterer Folge einfach nicht gut. Und dadurch ist es schön, wenn das Leben uns Zeichen sendet, damit wir wieder zu uns zurückfinden, damit wir wieder in unserer eigenen Mitte finden, damit es uns gut geht. Das Leben meint es gut mit uns. Das Leben meint es gut mit dir. Und deshalb ist es so schön. Und ja, versuch doch einmal, die Zeichen wahrzunehmen, die dir das Leben schickt. Versuch doch mal, darauf zu achten. Wie sieht die Gegend aus, wo ich gerade bin? Steht da irgendwo irgendwas geschrieben? Spielt es irgendeine Musik? Alles, was du hörst und wahrnimmst, ist ein Zeichen des Lebens. Und mag es auch nur deshalb sein, weil dir das Leben sagen möchte, du bist hier genau richtig. Aber ja, das ist genau das Schöne daran, dass wir unser Leben einerseits selbstbestimmt leben können und andererseits vom Leben immer wieder dorthin zurückgeführt werden, zu unserer Mitte, zu unserem Weg, zu unserer Bestimmung, wenn wir vom Weg abkommen. Und das finde ich eine wahnsinnig schöne Vorstellung, was eigentlich uns auch beruhigen darf. Wir dürfen ganz beruhigt sein, denn das Leben wird uns schon die Richtung weisen, wenn wir mal vom Weg abkommen. Aber natürlich ist es noch wesentlich einfacher, gleich in unserer Mitte zu sein. Aber das fällt uns, je älter wir werden, immer schwerer. Es fällt uns immer schwerer, auf uns selbst zu hören, weil da sagen Verwandte das, Freunde das, die Gesellschaft gibt uns Normen vor und wenn das nicht unserem inneren Wesen entspricht, dann fällt es uns natürlich schwer, nach unserem inneren Wesen zu leben. und unser Innerstes zu leben, in unserer eigenen Mitte zu sein. Wobei natürlich, wenn du in deiner eigenen Mitte bist, du dich gar nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt. Wenn du in dir ruhst, kann um dich herum passieren, was will. Du lässt dich nicht sofort unterkriegen. Du bist bei dir. Das ist eben das Schöne. Wenn du mal nicht mehr bei dir bist und dich aus irgendeinem Grund verlieren solltest, zeigt dir das Leben den richtigen Weg zurück. Du darfst es einfach annehmen. Du darfst dieses wundervolle Geschenk, diese wundervollen Zeichen, die dir das Leben schickt, einfach annehmen, um wieder zu dir zurückzufinden. Um wieder deinen eigenen Weg zu leben. Um wieder deine Bestimmung zu leben. Und zu deinem Inneren zurückzukommen. In deiner Mitte zu ruhen und dich einfach wohlzufühlen. Ich wünsche dir ganz aufrichtig, dass du das kannst. Dass du die Zeichen erstmal wahrnehmen kannst, dich erstens mal dafür interessierst, sie zweitens dann wahrnehmen kannst und sie drittens auch zu deuten weißt. Denn in dir drinnen weißt du es ohnehin. Wenn du auf dich selbst hörst, auf deine innere Stimme hörst, dann weißt du es. Du weißt es. Und wenn dir ein Zeichen geschickt wird, spürst du, dass das jetzt genau das Zeichen für dich ist. Und dass dir dieses Zeichen sagen möchte, hey, nimm doch den Weg. Geh in diese Richtung. Da findest du zu dir zurück. Das ist doch schön. Das ist wirklich schön. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du das annehmen kannst. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass dir diese Podcast-Folge ein bisschen etwas gebracht hat, dich zum Nachdenken vielleicht angeregt hast. Du vielleicht dadurch ein bisschen aufmerksamer durchs Leben gehst und versuchst, deine Intuition zu stärken und die Zeichen wahrzunehmen. Ich freue mich, wenn ich dir etwas mitgeben kann. Und ja, wenn dich noch mehr interessiert zu diesen Themen kannst du ja mal auf meiner Webseite vorbeischauen, nataschazimmermann.com und ja, geh heute einfach mal raus, sei aufmerksam und achte auf die Zeichen, die dir so begegnen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, denn ja, es ist eine kleine Entdeckungsreise. Es kann Spaß machen. Das Leben macht Spaß. Fühl dich pudelwohl. Mehr über deinen Sexy Spirit Lifestyle findest du auf meiner Webseite nataschazimmermann.com Pass us by Pass us by Won't let this moment pass us by Oh 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 Vielen Dank.